Ihr wollt eine Seite mit einer bestimmten Kollegin teilen, aber die hat keinen Zugriff drauf, also geht die Fehler sowieso los. Warum darfst du nicht rein? Ist irgendeine Seite drüber eingeschränkt, hat sie keinen Zugriff auf den Bereich? Ich zeige euch eine neue versteckte Funktion, mit der ihr das einfach nutzen könnt. Drückt einfach auf die Beschränkungen hier oben drauf, klickt auf Berechtigung prüfen und gebt den Namen eurer Kollegin ein. Annika May, ob sie die Seite anzeigen darf und da steht es, sie darf in Confluence rein, aber sie darf nicht in meinen persönlichen Space-Anzahl liegt rein und dadurch auch nicht in all die Seiten, die oben drüber sind. Wenn ich sie nun hier hinzufüge, ich habe sie hinzugefügt, ich speichere das Ganze und wenn ich es jetzt nochmal prüfe, dann müsste Annika nun Zugriff haben. Und so einfach prüft ihr Berechtigungen in Confluence und sorgt dafür, dass all eure Kollegen Zugriff auf das Ganze haben. Probiert das Ganze aus und folgt uns für weitere Atlassian Cloud-Hacks bei Comunado.